Wo kommt ihr her, wenn ich fragen darf? Ich komme aus Bielefeld. Bielefeld, und du? Wien. Wien? Ja. Schön, herzlich willkommen in der Zivilisation. Schön, dass du da bist. Warum bist du hier? Weil wir Urlaub in Berlin machen. Ihr lebt in Wien, 2019 die lebenswerteste Stadt der Welt und macht Urlaub in Berlin. Ja, ja, Neukölln soll sehr schön sein. Einmal durch die Sonnenallee, hast du sehr viel Kultur auf jeden Fall, sehr viel Ägypten. Mit drin. Nein, schön, dass du da bist. Wie gefällt dir Berlin? Ja, ist aber nicht mehr das, was es mal war, Alter. Berlin ist mittlerweile total alternativ, Alter. Überall Ökos. Hier ist am schlimmsten. Prenzlauer Berg hier ist am schlimmsten. Die kacken hier gegen die Wand, die nennen das Kunstamt. Ich schwöre es dir.